So, zweiter Versuch heute. Ach, da war wieder das Team, naja, ne? In fünf Minuten waren drei Schiff von uns raus. Ich konnte nur 58.000 Schaden machen oder sowas in der Dreh. Das ist nicht mehr normal, ja, langsam. Und langsam vergeht mir wirklich wieder das Spiel, muss ich sagen. CW, ja, das macht Laune. Da weißt du, hast du kompetente Leute, das läuft. Aber hier, noch drei, fünf Minuten. Das Eintritt, ne, ein Vortel ist hier raus. Sind ja zwölf Schiff, glaube ich, ne? Drei, sechs, neun, zwölf, ja, genau. Nach fünf Minuten war ein Viertel bei uns eben gerade im Gefecht. Ich wollte es eigentlich durchlaufen lassen, damit wir das mal sehen, aber... Was soll das bringt, das Video wird unsinnig lang. Noch bin ich ruhig, ne? Also noch bin ich ruhig. Das kann dich auch ganz schnell ändern. Da raste ich wieder aus, mache schon die Karre aus. Jetzt. Gestern war ja nur leider kein CW bei uns. Schade eigentlich. So, schon mal hinten. Links an die Insel stellen. Und voran geschützt nach A und hoffen, dass es klappt. Ja, schon wieder offen. Schon wieder offen. Schon wieder offen. Also doch. Ah. Ach. Und ne Chappie. Guck mal. Ach. Ach. Und ne Z. Ich schlipp ab. Ach. Sturm kommt auch noch. Ich hab gleich noch ein Sekretärer. Ich weiß nicht, wie es läuft. Nyaaau. Ah, bumms. Ach komm. Dank. W-7 dann. Das很有 machen wir gerade. Oder die KEF dumbass. Mhm. Nach Aunty- groove? Der unpackone. Ach, das hat etwas weiß. jetzt bräuchte ich echt so ein raketenvelot ich spendiere euch noch mal da 4600 schaden auf schlachtschiff ist doch in ordnung e auktisch also eine deckung ist schon gar nicht mehr schlecht so was in der art braucht die stalin gerade dann läuft das so seit neuer das ist schon wieder hier einfach zurück wo ist die sau hier auf die sau muss ich gehen aufbauen laut karte macht das auch ach da ist doch was tschüss ach mal moment 3 sau ich wollte am damenstel jetzt nicht mehr schießen erst mal aufbauen herrlich die rotzen da rum schieber macht nichts aufbauen 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 Die Chappi lebt aber noch! Bitte weit! Ach du Scheiße! Die Chappi lebt! Egal, die Chappi lebt! Der Bete! Denkf ich! Dein Koppel! Dann haben wir den Staten. ... und erledigt und erledigt. Dann haben wir den Staten. Beklar die Staten. Sie haben den Staten. Die Staten! Die Staten sind gesprungen. Ach du Scheiße. Die Turpets und da ist schlecht Dünger vor mir. Die Turpets haben einfach nur Neutheil hinein. Die Turpets haben schon von hier. Das hat schon wesentlich mehr ausgedrückt. Das ist eigentlich nicht in der Fall von der Turpets. Okay, okay. Keine Zitadelle, nichts, was ist hier heute los? Ah, es wird angewinkelt, bereits zitieren, weiß ich was, ach, jetzt haben wir aber da. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin nicht weg. Machen ich das andere. getankt naja 1 zu 3 millionen gut sehr schön das kann ich euch heute zu verkaufen